Ich bin froh, dass der Virus sie nicht getötet hat. Ich will das unbedingt selbst erledigen. Man bekommt nicht immer, was man will. Das ist für meinen Vater. Er war Arius' Wachhund. Sie waren seine Schlampe. Dylan? Ich habe mich schon gefragt, wohin sie sich verkrochen haben. Gib auf! Rebecca hat die anderen inzwischen geheilt. Na und? Damit hatte ich natürlich gerechnet. Das spielt im Moment überhaupt keine Rolle. Bald schon wird jeder die Dinge so sehen wie ich und wissen, dass es keine Gerechtigkeit gibt, dass das Gute und das Böse überhaupt nichts bedeuten. Das macht dann endlich den Mord an meinem Freund wieder gut. Nur weil ich überleben wollte. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie werden bösen, dass Sie meinen Vater umgebracht haben. Ja, wissen Sie, Ihr Vater war irgendwie ein Wichser. Ja, ich bin ein Wichser, aber ich bin ein Wichser. Damit ist sie wieder mit ihrem Vater vereint. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.